Duplex Sonographie Aufklärung Es ist eine moderne farbkodierte Ultraschalluntersuchung zur Beurteilung der Gefäß. Zum Beispiel Blutsträumung müssen die Gefäßverengung und Verschlüsse ansehen. Es ist eine schmerzlose und ungefährliche Methode. Bei der Untersuchung wird ein Gel auf der Haut gestellt. Dabei gibt es einen Schallkopf, der die Ultraschallfellen aussendet. Der Arzt soll den Schallkopf auf dem verdächtigen Gefäßaufsitz sehen. Der Schallkopf empfängt die reflektierten Wellen und stellt die Bilder auf dem Bildschirm dar. Dann können wir die Befunde auf dem Bildschirm sehen. Danke für's Zuschauen.